Willkommen zum Online-Workshop des Katalogs in Floride. Es ist wichtig, einen gut gefüllten und vollständigen Katalog in Floride einzurichten. Der Katalog ist die Stelle, an der Sie Ihr Sortiment zusammenstellen. Lassen wir schnell starten. Ein Artikel erstellen. Klicken Sie auf Katalog auf der linken Seite. Wenn noch keine Artikel vorhanden sind, klicken Sie auf Fügen Sie Ihren ersten Artikel hinzu. Wenn bereits Artikel vorhanden sind, klicken Sie auf Artikel hinzufügen. Um einen Artikel in Floride zu erstellen, geben Sie zunächst den VBN-Code oder den Namen des Produkts ein. VBN-Codes sind Standard-Codes, die Pflanzen und Blumen identifizieren. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Geben Sie dem Artikel einen eindeutigen Artikelcode. Beachten Sie, dass der Artikelcode später nicht mehr geändert werden kann. Dies ist festgelegt, nachdem der Artikel gespeichert wurde. Sie können den Artikelcode selbst ausdenken und Artikelcodes so einfach oder komplex gestalten, wie Sie möchten. Sie können beispielsweise eine Aufzählung verwenden oder den Namen, die Stiellänge und die Topfgröße integrieren. Wir wählen hier eine Kombination aus der VBN-Nummer und der Stiellänge. Fügen Sie den Artikelnamen hinzu, der das Wesentliche des Produkts erfasst und für Sie erkennbar ist. Fügen Sie optional eine GT in Global Trade Item Number hinzu und verknüpfen Sie den Artikel optional mit einer Kollektion. Beachten Sie, dass die Verknüpfung mit einer Kollektion erst möglich ist, nachdem Kollektionen erstellt wurden. In Floridee haben Sie die Möglichkeit, mit regulären oder kundenspezifischen Artikeln zu arbeiten. Reguläre Artikel sind allgemeine Artikel, die oft vorkommen und für jeden Kunden zugänglich sind. Kundenspezifische Artikel sind einzigartige Produkte, die Sie beispielsweise nur einem oder einigen wenigen Kunden anbieten möchten. Schließlich können Sie auswählen, ob der Artikel im öffentlichen Katalog angezeigt werden soll oder ob der Artikel nur für den eigenen Gebrauch in Floridee bestimmt ist. Dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise einen Artikel nur versteigern möchten und nicht in Ihrem Katalog anzeigen möchten. Klicken Sie jetzt auf Nächster Schritt. Die erforderlichen Eigenschaften werden automatisch auf der Grundlage des eingegebenen VBN-Produktcodes angezeigt. Sie können nun alle Eigenschaften dieses Artikels ausfüllen. Die Eigenschaften, bei denen kein Papierkorb neben steht, sind Pflichteigenschaften. Die Eigenschaften, bei denen ein Papierkorb neben steht, sind optional, aber empfohlen. Die Transporthöhe ist die Höhe, die das Produkt einschließlich Verpackung auf einem Ladungsträger einnimmt oder wie viel Platz zwischen die Bretter, Lagen für den Transport benötigt wird. Bei Bedarf können Sie über die Taste Eigenschaft hinzufügen eine zusätzliche Eigenschaft hinzufügen. Verwenden Sie die Variantenoption für verschiedene Versionen des Artikels ZB denselben Artikel mit einer anderen Stillänge. Es ist jetzt auch möglich, Eigenschaften zu fixieren. Wenn Sie eine Eigenschaft fixieren, wird diese standardmäßig beim Erstellen und Bearbeiten von Artikeln angezeigt. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Hochwertige Fotos sind entscheidend für den Erfolg Ihres Katalogs. Dies ist Ihre Visitenkarte nach außen. Stellen Sie sicher, dass die Fotos gut beleuchtet, scharf und repräsentativ sind. Zeigen Sie das Produkt aus verschiedenen Blickwinkeln, um einen umfassenden Eindruck zu vermitteln oder stellen Sie verschiedene Fototypen ein, damit Kunden aus verschiedenen Fotos auswählen können. Ziehen Sie ein Foto von Ihrem Computer in das dafür vorgesehene Feld oder klicken Sie auf die Taste Dateien auswählen, um ein Foto von Ihrem Computer, Telefon oder Tablet hochzuladen. Nachdem Sie ein Foto hinzugefügt haben, können Sie es nach Ihren Wünschen anpassen oder löschen, indem Sie auf die drei Punkte im Foto klicken. Klicken Sie dann auf Bearbeiten, um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden. Klicken Sie auf Fototyp festlegen, um den Fototyp festzulegen. Klicken Sie auf Als Standardfoto festlegen, um das Foto als Standardfoto festzulegen. Wenn Sie mehrere Fotos mit einem Artikel verknüpft haben, können Sie die Reihenfolge der Fotos selbst bestimmen, indem Sie das gewünschte Foto verschieben. Klicken Sie jetzt auf Nächster Schritt. In den Beladungen geben Sie die optimale Kalmbeladung für den Artikel an. Klicken Sie auf Beladung hinzufügen und geben Sie dann die Art der Ladungsträger, den Verpackungscode und die Anzahl Lagen pro Ladungsträger, Verpackungen pro Lage und Anzahl pro Verpackung an. Sie können auch spezifische Beladungen für einen Kunden erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Beladung kundenspezifische Beladung auswählen. Klicken Sie dann auf Organisationen ändern und wählen Sie die Kunden aus, für die diese Beladung gilt. Klicken Sie auf Nächster Schritt. In der letzten Phase geben Sie an, wann der Artikel voraussichtlich verfügbar sein wird. Dadurch informieren Sie die Käufer darüber, wann Sie diesen Artikel voraussichtlich haben werden. Damit geben Sie einen Hinweis auf das Vorhandensein des Produkts. Wenn Sie alles für Ihren Artikel richtig ausgefüllt haben, können Sie den Artikel speichern. Sie gelangen dann wieder in den Katalog. Es ist auch möglich, einen erstellten Artikel zu kopieren. Auf diese Weise müssen Sie nicht alles erneut eingeben, da die Eigenschaften automatisch übernommen werden. Sie müssen jedoch sofort einen eindeutigen Artikelcode für diesen neuen Artikel angeben. Wenn sich Eigenschaften ändern, können Sie diese ebenfalls in diesem Bildschirm ändern. Auch der Artikelname kann sofort geändert werden. Nach dem Speichern der Kopie können Sie die Fotos über Bearbeiten ändern. Es gibt noch einige nützliche Tipps und zusätzliche Funktionen, die Sie im Katalog finden können. Sie haben die Suchfunktion, Filtermöglichkeiten und den Kollektionsfilter. Außerdem können Sie hier leicht nach Ihren allgemeinen oder kundenspezifischen Artikeln suchen. Verwenden Sie Eigenschaften schnell einstellen, um Eigenschaften für mehrere Artikel festzulegen. Verwalten Sie Fotos mit Fotos verwalten und verwalten Sie die Beladungen mit Beladungen verwalten. Schließlich können Sie zwischen der Fotoansicht und der Listenansicht wechseln. Möchten Sie weitere Informationen darüber, wie Sie diese schnell Verwaltungstasten verwenden können? Klicken Sie dann auf das Fragezeichen, um zum Hilfszentrum zu belangen, wo Sie eine Antwort auf diese Frage finden. Wir hoffen, dass Sie nun gut gerüstet sind, um Ihren Katalog zu verwalten. Für weitere Fragen und Unterstützung besuchen Sie das Florida Hilfszentrum oder kontaktieren Sie unsere Supportabteilung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verwalten und Füllen Ihres Katalogs auf RAW-ID.